kann losgehen das geile ist ja wenn ich überlege ich im morgen kommt terminator mal so hochgeladen was ich gestern gesagt habe das ist schon geil oh ja also es lebe die planfunktion von youtube wahrscheinlich schon hier vor und zwar ja die schießen da auf dem dach die viecher runter das heißt es wird jetzt gleich spannend gucken ob die mit uns rechnen jeden fall sind sie jetzt ruhig vielleicht sind sie auch schon weggerannt nein so und ein habe ich vom dach geputzt der headshot der ist weg wo bist du eigentlich ja ich bin hinter dir der also hier oben geradeaus vor dir oben den hatte ich weggeputzt da muss irgendwie noch ein zweiter sein das übrigens die saatmutter schießt du das bin ich weiter wichtig dass mein erster gegner den ich vom dach gepustet habe das war doch mal geil und welchem dach ein da wo du stehst und jetzt nach links der müsste da irgendwo liegen also hier auf dem dach ist kein doch 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 warte mal der müsste gehen wir haben er ans ende ach so ja das ist ein bisschen genau der muss da irgendwo liegen den habe ich ein headshot verpasst wir sind vielleicht ist heruntergefallen das kann sein so auf jeden fall hier links weiter okay aber ich komme auch so auf jeden fall draußen die komische kacke hier weiter der scheiß zombie wackelt mit dem kopf und ich schieße einmal daneben ach jesus brauchst du munition hier gibt es munition munition ist gut komme ich mal angelaufen herrlich bescheuert du bist doch hier drin hier ist eine tür ach da kannst du auch rein gut so munition haben wir jetzt höre ich sie wieder ballern vor uns irgendwie einen hast du ja schon einer ist weg ja hast du den unten gesehen ich glaube der liegt hier ja ich habe den noch das könnte immer plündern hier ist ein zombie oder ist der abgehauen und ich habe den gar nicht richtig getroffen aber das war ein headshot auf jeden fall so wie das du ja dann gerade zwei zombies unschädlich gemacht ja ich komme dir mal der so so alter ich schieße wieder neben den kopf es gibt es auch gar nicht das finde ich auch ziemlich schwierig ja so so Okay. sie wo ist er denn jetzt ja da vorsicht dass irgendwo ein köter hier muss das rätsel sein so rätsel haben wir gelöst das ist gut ja direkt rein ja scheiße ich muss ja mal kurz weg ich habe hier so ein wütende köter unter mir so kommen wir hier schön nachladen hier gibt es heilung falls du brauchst und munition besser konnte ich nicht in die visage schießen du bist jetzt ach da hinten bis ich komme zu dir ich habe die gerade mal so ein bisschen penetriert meine gesundheit ist bereits voll okay und hier ist ja unser endgegner gucken was das weder fünf hier ist ach so ist das wieder eine acht der schon wieder den finde ich so widerlich ja der ist anstrengend da kommt er wieder ist immer geil wenn er wenn er sich doch ein bisschen länger hält irgendwie bevor er sich wieder verpiss ja jetzt habe ich diese scheiß käfer da vor mir am see wieder nix so oben ja ne okay jetzt ist er wieder an mir vorbeigeflitzt ja du kannst mich verletzen ach sorry ja ich dachte mensch das blutspritzt aber ziemlich nah hast du nimmst oh er läuft hinterher so und immer schön r drücken hat der mike gesagt so vorsichtig okay vielleicht kannst du mich wiederbeleben ja so wiederbelebt genau das ist auch ein mieses viel als blutig ich bin umgefallen vielleicht kannst du mich wiederbelebt ja gerne doch das ist wohl blöd ich bin ne du hast mich wiederbelebt und er hat mich gleich weggehalten naja ich hab mir jetzt auch gleich ein problem wir jetzt nicht glaube ich heilig als super auf sie nicht mehr die gleiche geantwortet ich habe jetzt auch nur ein Balken schlechter wird verbannt das ist aber ein gegner gegnerischer spieler ja scheiße ich habe ihn umgemäht und er dann kam das vieh